Ok, soll ich mich mit dem Wind? Nein, das geht. Hallo Leute, willkommen zurück bei RedDogs für unsere Let's Play SnowRunner neue Folge und jetzt ja ich sage euch wo ich bekomme meine Kraftstoff-Tank-Auflieger. Ja es kippt so ich bin zurück in der ersten Map von Michigan und ja es kippt wie gesagt eine Möglichkeit eine Tank-Auflieger zum abholen und da ist er ich kann euch noch sagen Tank-Auflieger und gut das ist auch nicht das hat nicht etwas zu tun mit dieser Inter-Dempficht diese Nebenmission das ist einfach eine Tank-Auflieger verfügbar zum abholen und da habe ich auch jetzt bin ich auch zurück im Black River und ich holte mir jetzt meine Demo-Flieger zuerst mal muss ich Wegpunkt hinsetzen dass ich komme auch durch und ihre ok gut wir fahren los hoppla Motor start der Motor start sehr gut so und bremst weg und jetzt das geht los und ich bin auch wieder mit dieser Truck ich muss zugeben dass dieser Truck ist einfach sehr gut da hatte ich auch am Anfang habe ich gedacht was ist das für ein Truck aber in die letzte Mission wir haben das erfolgreich bestand ok ich muss auch erstmal aufschauen auf die Straße gut das gibt Wasser aber dadurch komme ich auch ohne problem hoppla hoppla ja jetzt rutsche ich auch ein wenige ab von der wo die Straße ah das ist auch nicht so weit weg sie sehen selbe aber dadurch dass ich komme auch wieder darüber da habe ich auch wieder eine lange Strecke vor mir dass ich komme wieder zurück in Smithville Talsperre und das ich glaube das wird auch Sinn der Sache dass ich mal der Weg alleine zum Smithville Talsperre weil sonst es wird auch eine langweilige Part geben oder ich weiß nicht wollte man auch unbedingt auch sehen wie das geht dann weiter mit dieser Lieferung okay aber erst mal erst mal rückwärts jawohl da ist der Tanker Flieger okay aber ich bin wieder falsch okay aber ich bin wieder falsch oh oh ich wollte nicht so ja er hat sich bewege er weiß schön der Tanker Flieger dass ich ich werde ihm abholen aber erst mal muss ich auch in die Position kommen ich war falsch ich war falsch ja mit Tastatur ist auch nicht so leicht das muss ich zugebe man spielt auch besser mit entweder eine joypad oder so wie ich mit einem Lenkrad so könnte ich ja wohl ich könnte mal die Flieger so die Anhänger an Köppeln ok so ob hinter die Fischer nein erst mal wie gesagt ich muss jetzt der ganze Strecke zurücklegen und ja wie gesagt ich muss wieder zurück und ich bei die Tankstelle bestimmt tanken ich weiß auch nicht ganz genau ok wir machen trotzdem das gemeinsam das ganze weil sonst sie dann auch sagen vielleicht warum zackt er uns nicht die ganze Wege was er hat gemacht ok erstmal ihre an Wegpunkt in legen ok noch einmal ihre ich stelle mal eine Wegpunkt bis zum Tank stellt ok und dass ich können möchte muss ich auch die Tanker Flieger tank ich weiß auch nicht ganz genau ok wir haben jetzt unsere Tanker Flieger für diese Kraftstoff und jetzt los geht ok ok das läuft gut für den Moment es kommt keine Schwierigkeit sowieso ihre wenn ich fahre auch genau ohne Problem da gibt es auch keine Schwierigkeit aber sie sehen auch in dem Spiel die ganze Mission sind auch extrem gut gemacht da können sie auch sagen so ich könnte euch zuzugeben dass man braucht auch Zeit für die ganze komplette Mission zum Abschließen manchmal ok sowieso ihre auf dieser Part von Michigan wir haben nicht alles gemacht so ich habe auch nicht alles gemacht ok 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 da ist der Boden etwas schwierig aber der LKW der schafft alles das ist bei der Hand auch nicht alles aber das ist das ist das ist das ist das ist das ist eine Überliebende Wir sind gerade zurück auf die normale Straße, ja. Ok, Richtung Brücke. So, der Brücke, das wir aber noch reparieren. Am Anfang. Ok, und danach, das geht rechts ab. Ok, weiter geht's. Ok, da kommt jetzt Road Closet. wegen wasser aber okay ich komme trotzdem vorbei okay langsam langsam weil ich will auch nicht komplett motor schaden machen aber ohne problem ich komme durch so jetzt bin ich mal gespannt ich sollte auch wieder meine tanker flieger zu tanken so sowieso ich brauche wieder benzin sie dankstelle jawohl kraftstoff ok tanker flieger der ratschen kraftstoffe tank voll ok ich wusste auch nicht dass der flieger war befüllt aber nicht verkehr man braucht auch keine 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 bensin zu tank in dem flieger das heißt jetzt wir fahren bis smith will talspähe ok aber ich muss auch erst mal an brems bevor dass ich rutsche jetzt muss ich auch wieder die wege nehme ok aber jetzt wie gesagt wie komme ich drüber hier könnte man auch nicht so kannst weil das ist alles wieder ich habe das nicht frei gemacht ok bis ihre könnte man fahren und moment ja man hat auch an übgerede ihre darüber zum abholen aber danach ist die sache schaut ihr das an die straße ist auch extrem wieder sehr enge für meinen lkw aber gut hierher man könnte bisher erfahren sowieso die letzte mal habe ich auch das gemacht dann erst mal zielpunkt ansatz ihre und dann ihre dann gehen wir auch ganz locker die ganze straße ihre ok bis darüber und dann darüber ok gut wir fahren alles gemeinsam zusammen dass sie sind auch trotzdem wie der spiel ist aber das macht spaß mit dem spiel auf jeden fall gut das gibt auch im gerät zum abholen das muss ich auch auch abholen mit meinem aufgrund der marschall aber wir kommen auch irgendwann auch wieder zurück hier als für den moment ich wir brauchen geld sowieso gut muss man auch schauen wie man kommt auch voran in dem spiel ok ich kann ich komme sowieso geradeaus ja wohl ok welche straße ist das jetzt sofort ihre ok weil sie sehen auch aber könnte auch locker ihre ihre erweiter fahrung aber ich weiß auch nicht stellen ja ihre und wieder drüber und ah das ist auch an möglichkeiten bevor dass ich mal auch die ganze moment letzter punkt da könnte man auch geradeaus fahren sowieso bla bla dann werde ich sagen fahr mal ihre her und dann drüber ok ich habe jetzt meine paar punkt eingesetzt ja sowieso das war auch nicht gesperrt ich glaube die letzte mal ich bin auch so gefahren ok und danach muss ich die kleine weg nehmen links ok er muss auch hochschallt runter schallt ok darüber ist wasser ja ok aber normalerweise ich komme auch ja ok ich komme auch locker raus ah der hat kraft diese lkw er ist nicht schlecht er ist auch super werde ich auch beobt auf meiner sache das an der der geht ohne problem auf diese ganze boden ok das gibt wasser jetzt ist die sache wo ist die beste wege darüber ok dann erst mal ihre eine punkt insätze und noch einmal ihre ok ach so schwierig die steine die habe ich auch nicht so gesehen jawohl ok jetzt das geht berg hoch mit der soffnung dass ich rutsche nicht das her hat keine kraft ohne problem ich komme dran lang Ich komme trotzdem vorwärts. Okay, jetzt der Rüben. Und jetzt, wir haben das geschafft. Und jetzt Richtung Smithville Talsperr. Okay. Jetzt, wir treffen uns in Smithville Talsperr. Okay, wir sind jetzt in Smithville Talsperr. Jetzt müssen wir zum Farmen gehen. Erstmal wieder die Map aktiviert. So, am besten, wo muss ich jetzt fahren? Okay, IRR, ich kann leider vergessen, durch meine LKW. Aber gut, das heißt, am besten, Moment mal. Ich muss den letzten Punkt wegmachen, ja. Am besten durch die Werkstatt. Und IRR, ja, IRR und, man könnte IRR versuchen, gut, IRR, ich muss sagen, das war auch sehr kritisch, da mal zu fahren. Aber IRR, ja, man könnte IRR, ich glaube mal versuchen mit dem LKW sowieso, ich habe noch meine Offroad Wagen, der Marschall, der auch bereitstellt. So, bereitstehen. So, ich wieder abschließt diese Mission, das hat auch lange gedauert, aber Sie sehen auch, dass in dem Spiel, das geht auch nicht so schnell alles. Okay, Motor start. Oh, oh, oh. Aber das macht Spaß mit dem Spiel, muss ich zugeben, das ist sehr, sehr gut. Okay, und in der nächsten Folge, ich werde auch Übgerede abholen mit euch und schauen wir, was wir bekommen noch dazu als Übgerede. Aber erst mal Geld abholen ist auch sehr wichtig, dadurch für Geld zu bekommen, ja, müssen wir auch die ganze Mission ausführen und neben Missionen müssen wir auch machen. Aber wir haben noch Zeit, es ist auch nicht so dringend. Okay. Jetzt fahren wir ganz locker zum Werkstatt. Und dann geht das auch weiter bis die Farme. Okay, hierher, okay. Und ich habe auch noch mal sehr viel Benzin. Ja, 272 Liter habe ich jetzt. Es sollte auch langen bis die Farme. Okay, aber hierher, ja, hierher habe ich auch die Erfahrungen gemacht. Sie haben das auch gesehen. Das einmal, ich bin auch gerutscht mit meinem LKW. Okay. Ja, der Weg, hierher ist ohne Problem. Aber danach kommt die Komplikationen. Ja, Wasser und... Und Schlange. Und Schlemme. Wasser und Schlemme. Aber wir schaffen das locker, wenn man nicht schon um diese Wasser geht, da ist alles okay. Aber hierher, sofort rechts, kommt die Probleme. Weil das ist alles unter Wasser. Aber mit dem LKW... Es soll funktionieren. Uh. Oje, oje. Schaut dir das an. Ich bin schön... Im Wasser. Okay, aber normalerweise... Ich komme raus. Oder? Ich hoffe mal. Ah, langsam, ja. Langsam komme ich raus. Jawohl. Es wird bestimmt die schwierigste, ihre... Okay. Soll ich mich mit dem Wind... Nein, das geht. Ohne Wind, das geht. Aber danach ist... Äh... Ohne Wind, oder bohre ich nicht... Ohnein. Alles okay. Schaut dir das an. Haha, wir schaffen das trotzdem. Wo, das ist auch tief, hä? Ja. Hopp. Noch 187 Schmitte. Das schaffen wir auch, hä? Okay. Wahnsinn, jetzt. Dieser LKW hat so viel Kraft. Er ist noch besser als die andere, dem ersten. Aber ich glaube, der Motor ist nicht so stark, so wie diese LKW. Ich habe nur die Allrad-Entrieb, die ganze Zeit. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hopp. Hopp. Das geht. Jawohl, wir kommen raus. Jawohl, wir kommen raus. Er schafft das. Wahnsinn, der LKW schafft das. Gut, ihr sollt auch nicht mehr so tief sein. Die Wasserstand. Okay. Jawohl, jawohl, jawohl. Ah, die... Vor... Jawohl, die Räder... sind auch bald raus... aus dem Wasser. Ja, das Schwierigste war nur ihre... war nur ihre... mit dem Wasser einfach. Aber Sie sehen auch, dass... Ja. Es geht ganz locker. Okay, und jetzt... Jetzt... Okay... Noch 79 Meter... Okay, ich gehe eher darüber, weil... Da hat man auch kein Problem. Okay, schaut ihr das an. Schaut ihr das an. Wir sind am Ziel. Und endlich haben wir das Missionen erfüllt. Endlich, das hat auch gedauert. Ja, und mal Siegel da, und mal Old Splunk da, und mal Kraftstoff. Super, Wahnsinn. Aber... Es ist auch gut gemacht, dass man hat auch Spaß mit dem Spiel. So, aber jetzt... Hallo. Ich soll die... Kraftstoffe... Tank... Oh. Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Aber... Komm ich, der zeigt mich gar nichts an. Äh... Hallo? Hallo, ich habe Kraftstoffstank. Hallo? Mehr Kraftstoff? Nein, 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 nein. Das wollte man nicht. Aufgabe? Ja. Ah, was ist das? Ah, nein, Leute. Oh je. Ich glaube, dass die Kraftstoff... Das ist noch nicht mal... Äh... Was ich habe jetzt... Diese O-Flieger genommen. So, die Tank-O-Flieger. Äh... Oder... Ich glaube, ich brauche... Äh... 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 Ich schaue mir das an, dass ich komme auch... Ich bin gerade zurück. Aber das war auch eine Mission. Trotzdem mit mehr Kraft... Moment mal. Da war eine Mission mit mehr Kraftstoff... Oder? Wo war das? Ja, darüber. Im Fortes Aus. Okay. Aber gut. Äh... Äh... Erstmal... Äh... 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 Ich brauche Kraftstoff im Baril. Äh... 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 Oder im Barrikke. Okay. Aber dadurch werde ich sagen... Ich lasse mal den Tank-O-Flieger her. Ja, wir haben noch gesehen, wie das ist. In dem Spiel trotzdem. Okay. Ich lasse ihr ja den... Flieger. Kein Problem. Äh... Äh... Ein Engel los. Jawohl. Okay. Aber dadurch... Ich will euch nicht anhalt. Hahaha. Vielleicht haben sie auch etwas anderes zu machen. Wir haben auch sowieso jetzt sich vorbereitet für eine andere Mission. Weil ich habe jetzt auch gesehen, wir brauchen auch Kraftstoff. Äh... Dann haben wir auch diese Tank-O-Flieger. Und das heißt jetzt in der neuen Folge, ich abhole diese Barrikke Kraftstoff. Und dann liefern wir das in die Farbe. Okay. Bleiben Sie dran. Ich wünsche euch viel Spaß weiterhin. Und es tut mir leid, wenn das war eine felle Entscheidung von mir. In der nächsten Folge. Es geht ganz locker. Okay. Bleiben Sie dran. Ich wünsche euch alles gut. Und bleibt gesund. Ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.